Gut, jetzt haben wir das aber schon mal super geschafft. Gut, okay. Das sieht doch schon aus wie eine wandelnde Leiche. Schalten wir den General aus, haben wir das Regime bei den Eiern. Versagen wir, verspeisen die uns zum Frühstück. Sie haben uns mächtig in den Arsch getreten, aber wir haben schon... So, meine Augen trinken. Ich glaube, ich werde krank. Ist das normal? Nur den Nerven. Ich wasser im Trick. Einatmen. Bis vierzehren. Ausatmen. Bis vierzehren. Das war's. Okay. So. Aber wo? Darauf muss, dass mal jemand kommt. Ich bin in dieser Position. Ich komme ja noch hinterher, wa? Na, kommt noch was? Ja, mein Seid brennt aber auch gleich, wa? Oh Gott. Okay. Was passiert jetzt? Ja, aber wo lang? Wow. So. Meine Fresse hat er was ausgehalten. Wow. Den habe ich gar nicht gesehen, zum Beispiel. Lass mich bitte noch ein bisschen was aufnehmen hier. Wow, aber ich bin da sogar noch das Altgold hier. Na? Wow, ohne Kopf. Na lecker. Das Spiel ist ab 18 Uhr. Super. Dann wollen wir aber weiter, wa? So. Ich glaube ich muss hier hoch. Ich weiß es nicht, aber ich folge immer meine Spuren hier. Oh Gott, da war noch Mond. So. So. So, da. Da. Da ist auch noch einer. Nehmen wir natürlich auch alles mit. Ähm. Du, ich bin am längeren Hebel. Oh, da ist jemand. Hallo. Oh Gott, du, ich bin so gut, ich bin so gut. Ist doch nichts gehißig. Ist doch noch mal, das Wort? Ach, der ist doch gleich. Nee, naja. Ich bin so argumentiert. Jo! Hier muss ich nicht lange Von wo wäre ich nicht geschaffen? Mal gucken, wo kommt das denn jetzt hier? Sind das meine? Okay, da kann ich nicht durch, da muss ich doch hier unten lang, ja? Ähm, wo denn? Gut. Ach so. Okay, mach mal. Kommt, springt doch mal. Ah, jetzt hat er gespeichert. Ah, jetzt hat er gespeichert. Aber gut zu wissen. Ähm, naja, ich wollte das sowieso jetzt ausmachen. Aber ich kann ja mal einen Sprung versuchen nochmal. Ich bin jetzt einfach mal gesprungen. Wahrscheinlich zu früh. Wahrscheinlich muss ich da irgendwie abwarten. Na komm. Okay, nochmal. Ich versuche es noch einmal, damit ich das für nächstes Mal weiß. Ich probiere es noch einmal. Wenn nicht, probiere ich das nächste Mal einfach mal mehrfach durch. Aber ich weiß es ja nicht. Mal gucken. Durch, durch, durch. Ja. Also so schnell wie möglich und dann rüber, wa? Was für ein Zirkung. Meine Füße sind gebrochen. So, jetzt gehe ich nochmal auf den Kontrollpunkt laden. Jetzt gucke ich mal, ob er nochmal gespeichert hat oder nicht. oder nicht. Oder ob ich wieder bei dem gebrochenen Fuß bin. Super. Dann verabschiede ich mich jetzt mit der Folge. Ich zeige euch noch viel Spaß. Danke fürs Zuschauen. Es hat mir wieder eine sehr große Freude gemacht. Dieses Spiel gefällt mir wirklich. Es ist besser als das erste Spiel von Wolfenstein. Weil man hier einfach im Team spielt und nicht alleine im Ego-Shooter. Ego-Modus. Es gefällt mir. Ich werde das erstmal weiter spielen. Ich weiß nicht wie viele Parts das werden. Ich habe keine Ahnung. Bis dann.